Billiger Klickfang mit süßen Tieren, Gamestar und der Loki sind dabei! The Witcher 1 kommt als aufwändiges Remake zurück, Valve empfiehlt Spiele auf Steam teurer zu machen und Dragon Age Dreadwolf macht große Fortschritte. Hossa Internet, das hier gibt's für Ume, denn jetzt kommen die News. Überraschung, das schon vor einigen Wochen angekündigte Witcher-Projekt Canis Majoris ist tatsächlich ein Unreal Engine 5-Remake des allerersten Witcher-Spiels. Das hat CD-Projekt jetzt offiziell per Pressemitteilung bestätigt. CD Projekt Ratte benimmt für die Neuauflage zwar die kreative Aufsicht, entwickelte wird das Spiel aber vom polnischen Studio Fools und Theory. Dort arbeiten inzwischen diverse Teammitglieder, die bereits Witcher 2 und 3 entwickelt haben. Das Witcher-Remake soll sich dabei technisch und in Sachen Gameplay mit dem decken, was CD Projekt für die kommende neue Witcher-Trilogie geplant hat. Noch ist nicht bekannt, ob die Neuauflage auf die gleichen Sprecher wie das Original setzen wird oder man die Handlung anpasst. Einen Termin dazu gibt's bisher nicht, CD Projekt erklärt aber, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir davon mehr hören. Neben dem Witcher-Remake ist CD Projekt und seine Partner-Studios die nächste Zeit schwer beschäftigt. So arbeitet das Studio nicht nur an einem neuen Cyberpunk-Spiel, sondern außerdem an einer neuen Witcher-Trilogie sowie einem Witcher-Multiplayer-Spiel. Zudem entsteht unter dem Codenamen Hadar noch eine ganz neue Rollenspielmarke. Spiele aufs Team könnten schon bald teurer werden. Mit Betonung auf könnten, denn Valve hat den offiziellen Leitfaden für Entwicklungsteams zur regionalen Preisgestaltung angepasst und darin die empfohlenen Preise im Verhältnis zum US-Dollar in allen Währungen ziemlich angezogen. Dem Standardpreis von 59,99 US-Dollar stehen demnach ab sofort nicht mehr 49, sondern 58,99 Euro gegenüber. Eine Steigerung von 18,1 Prozent. Die Eurozone kommt dabei übrigens sogar noch glimpflich davon. In der Türkei oder Argentinien schlägt der Leitfaden Preissteigerungen von über 400 Prozent vor. Aber das sind weiterhin lediglich Empfehlungen. Letztlich entscheiden Publisher oder die Studios den Preis selbst. Und auch zuvor hatten Publisher erhöhte Preise verlangt. Das 69,99 Dollar teure Modern Warfare 2 kostet hierzulande auf Steam ebenfalls 69,99 Euro, was sogar mehr als die 67,99 Euro im neuen Steam-Leitfaden sind. Game-Designer Hideo Kojima hat schon immer blumige Worte für seine Spielkonzepte gefunden, die oftmals nach mehr klangen als es dann letztlich war. Nach dem Genre der Strand Games oder dem Transfaring hält Kojima jetzt große Hoffnungen auf sein nächstes Projekt. Im Interview mit dem Guardian sagt der Metal-Gear-Erfinder nämlich, dass dieses Spiel, sofern es erfolgreich ist, fast schon der Beginn eines neuen Mediums sein wird. Wenn das Erfolg hat, wird es die Dinge verändern. Und zwar nicht nur in der Spiele, sondern auch in der Filmindustrie. Mit Ideen herumzuexperimentieren sei das eine, eine Idee aber so weit zu entwickeln, dass die Leute dieses Ding in ihren Alltag aufnehmen. Das sei aber nochmal eine ganz andere Herausforderung, so Kojima im Guardian. Sehr wahrscheinlich spricht Kojima dabei von einem Spiel mit dem Arbeitstitel Overdose. Zuletzt hatte er angekündigt, gemeinsam mit Microsoft an einem Spielkonzept zu arbeiten, das er schon immer machen wollte. Zuletzt wurde bereits bestätigt, dass die Schauspielerin Al Fanning in einem von Kojimas nächsten Spielen auftaucht und auch Gerüchte über eine Rückkehr von Margaret Quaulie halten sich derzeit hartnäckig. Noch ist aber unklar, ob beide Schauspielerinnen in Overdose oder gar in einem möglichen Death Stranding 2 mitwirken. Mit Batman, Arkham Asylum und dessen beiden Fortsetzungen haben sie Meilensteine der Superheldenspiele abgeliefert. Jetzt aber verlassen die beiden Studio-Chefs und Gründer Safton Hill und Jamie Walker ihr Studio Rocksteady. Das geht aus einer offiziellen Stellungnahme auf Twitter hervor. Dem Statement nach befindet sich das aktuelle Projekt des Teams Suicide Squad Kill the Justice League auf der Zielgeraden, weshalb Hill und Walker den Entschluss gefasst haben, das Unternehmen bis zum Jahresende zu verlassen. Ihre Nachfolge als Studio-Chef übernimmt der Mitbegründer Nathan Berlow, Darius Sedajian wird neuer Studio-Product Director. Wohin es Hill und Walker verschlägt, ist bisher nicht bekannt und auch zu den Gründen für den Weggang gibt's in der Stellungnahme keine Anhaltspunkte. Nach dem großen Erfolg von Batman Arkham Knight von 2015 hatte das Studio am Anti-Helden-Action-Spiel Suicide Squad Kill the Justice League entwickelt, was so nach einer Verschiebung jetzt, irgendwann 2023 erscheint und im gleichen Erzähluniversum wie die Batman Arkham-Spiele angesiedelt sein. Im Dezember soll The Callisto Protocol erscheinen, Chefentwickler Glenn Schofield hat aber schon jede Menge Ideen für eine Fortsetzung. Das geht aus einem Interview mit der Website Inverse hervor. Schofield bleibt dabei vage und sagt nur, dass es da viele coole Konzepte gebe, die er gerne für eine Fortsetzung ausprobieren wollen würde. Trotzdem bekräftigt er, dass sich The Callisto Protocol wie ein vollständiges Spiel anfühlen wird. Schofield betont außerdem, dass er für ein mögliches Sequel die Arbeitslast besser im Auge behalten will. So hat der Dead Space-Erfinder vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt, als er sieben Tage Wochen mit bis zu 15 Stunden täglicher Arbeit bei seinem Studio Striking Distance als freiwillige Leidenschaft gefeiert hatte. Dafür hat er sich kurz darauf entschuldigt und gelobt, so was in Zukunft nicht nochmal zu wiederholen. In Japan hat The Callisto Protocol übrigens keine Altersfreigabe bekommen und darf damit dort nicht erscheinen, wenn das Team nicht dazu bereit ist, den Gewaltgrad des Spiels zu entschärfen. In Deutschland hat das Weltraum-Horrorspiel eine USK 18-Freigabe erhalten und soll am 2. Dezember für PC, Playstation und Xbox erscheinen. Im offiziellen Blog gibt Bioware bekannt, dass Dragon Age Dreadwolf jetzt den Alpha-Status erreicht hat. Das bedeutet, dass das Team jetzt erstmals das ganze Spiel von Anfang bis Ende spielen kann und alle Spielelemente zumindest grob implementiert sind. In den nächsten Monaten wird das Team diese also weiter anpassen und auf das Feedback von internen Playtests und vom Community-Rad hin verbessern. Konkret genannt wird im Blog-Eintrag die Grafik und das Pacing, also das Tempo der Handlung. Hier will Bioware also optimieren, um die Geschichte möglichst spannend zu erzählen. Für das fertige Spiel verspricht Bioware unter anderem einen Ausflug nach Minerathus, die Hauptstadt des Tevintha-Imperiums. Noch ist nicht abzusehen, wann Dragon Age Dreadwolf fertig wird. Für Bioware ist der Erfolg dieses Projekts nach den zwei enttäuschenden Releases Mass Effect Andromeda und Anthem aber enorm wichtig. Und das war's mit den News für heute. Bitte lassen Sie beim Rausgehen einen Daumen und ein Abo liegen. Vorsicht Stufe, danke. Heute gibt's hier auf dem Kanal noch mehrere Videos. Später sollte hier der Test von Victoria 3 oder das hier zu sehen sein. Bis morgen, weiterspielen.